Ja, hi Leute und willkommen zu einem neuen Video. Also es ist kein richtiges Video, sondern eher so eine Clubvorstellung. Und zwar sind wir die Domtrees. Und ja, ich habe auch schon unser Co. an. Also ihr könnt jeden Andalusia nehmen, es ist egal welchen. Ja, das ist das Co. Und ja, also die Regeln sind noch in Bearbeitung. Und wir haben zur Zeit Sommerpause. Weil manche haben Sommerferien, manche halt nicht. Und ich habe halt gerade Sommerferien. Und es wird mir halt ein bisschen zu stressig. Weil ich fahre halt dann auch irgendwann mal, also halt, ich fahre halt auch dann in den Urlaub. Und ja, genau, hier ist die Clubbeschreibung. Ja, das konnte ich nicht schreiben, das sind diese Gamaschen da. Und ja, also ich glaube, ihr kriegt alles aus dem Globalshop. Jo, ähm, ja, das war es eigentlich jetzt schon. Wir sind noch nicht so viele, aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr unserer, also meiner Family, äh, beitreten würdet. Und ja, wir sind auf Server 8. Und ja, ihr könnt jetzt mal unten in die Comis schreiben, ob ihr rein wollt. Und ja, dann mache ich dann halt so ein kleines Treffen. Das kann, das schreibe ich dann halt unten in die Kommentare, wann ihr halt kommen könnt und in den Club rein, also beitreten könnt. Dann treffen wir uns halt irgendwo, zum Beispiel hier in Fort Pinter. Und dann lade ich euch einfach ein. Und ja, das war es eigentlich jetzt schon. Genau. Untertitelung des ZDF, 2020